Ich habe noch nie einen Spitznamen gehabt, aber es wäre gut, wie zum Beispiel Hermann, der Tiger aus München, der kleine Tiger aus Italien, wäre gut. La piccola tigre sind unseren Trainer zu unterstützen, sowohl während der Trainingsvorbereitung oder Spielvorbereitung, als auch auf dem Platz. Die Übung erklären oder manchmal unterstützen, weil mein Vater gut Deutsch spricht, aber nicht alle verstehen. Ich habe seit acht Monaten Deutsch gelernt und Deutsch gefällt mir. Es ist eine Sprache, die mir gefällt. Es ist schwierig, aber interessant für mich. Viele, viele Dinge. Ich freue mich darauf, hier viel zu lernen, sowohl als Trainer als auch als Mensch. Eine neue Kultur, ein neues Gespräch. Es ist unglaublich. Man fühlt hier die Tradition. Obwohl Bayern ein großer Klub ist, es ist wie eine Familie. Die Atmosphäre ist sehr familiär. Und ich habe es auch bei AC Mailand erlebt. Diese Atmosphäre ist schwierig zu finden. In der Freizeit, ich mag es spazieren zu gehen. An der Isar, im Englischen Garten, mit meinem Hund. Aber ich mag es auch ins Restaurant zu gehen. Es gibt viele Restaurante hier in München. Ein gutes Restaurant. Und Filme zu sehen. Und Kochen. Ich mag Kochen, ja. Ja, tut mir leid, aber jetzt am besten esse ich italienische Küche. Pasta, Pizza. Alles italienische Küche. Aber ich habe Zeit, um deutsche Küche zu lernen. Bayerische Küche zu lernen. Ich habe schon mit dem Chef gesprochen. Ich habe viele Leidenschaften für diesen Sport. Mein Vater war Spieler und dann Trainer. Und ich liebe Fußball. Ich habe gespielt. In der fünften Liga. Aber ich war zu langsam. Zu langsam. Und besser Trainer. Ja. Aber der Alter spielt für mich keine Rolle. Ich bin zwar jung. Ich bin zwar der Sonne Trainer. Aber ich bin sehr konzentriert an was ich machen muss. Und die Spieler sind sehr professionell. und geben mir viel Respekt. Also es ist sehr einfach mit ihnen zu arbeiten. Wie kann man mit ihnen zu arbeiten? Wie kann man mit ihnen zu arbeiten? Wie kann man mit ihnen zu arbeiten? Geduldig sein. Glaubwürdig sein. Glaubwürdig sein. Mental flexibel. Aber manchmal auch Glück haben. Das ist wichtig. Weil es ist sehr einfach mit ihnen zu kommunizieren. In generell. Aber für mich einfacher. Weil mein Vater ist. Die Kommunikation ist schnell. Und wenn die Kommunikation schnell ist. Die Trainingvorbereitung ist besser. Ich kann Ihnen schon sagen. Mia san mia ist wichtig. Sehr wichtig. Packmus. Servus. Und noch eins. Ein Maß bitte. Ein Maß bitte. Deutsch und dann bayerisch. Ein nach dem anderen. Ja, Sauwetter auch. Auch Sauwetter. Oh, Bitschen. 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 Ja. Ich bin überzeugt, dass wir die beste Mannschaft haben. Aber wie immer. In diesen Spielen entscheiden die kleinen Details. Ich war Gegner. Als Gegner. Aber ich hatte schon großen Respekt. Als Gegner macht dir einfach Angst. Die Atmosphäre, das Stadion. Und für uns das ist gut. Ich kann sicher sagen, dass es als Gegner schwierig dort zu spielen ist. Die Betreuung83. Tö strap mich an und marinieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017